Mach nicht diesen Fehler und lauf wie Schafe den anderen Schafen hinterher. Heute gehen wir auf die größten Manipulationen im Kryptomarkt ein, im besonderen Bezug auf sehr, sehr große Investmentfonds und Unternehmen, die den Markt einfach beeinflussen und uns unser Geld aus der Tasche ziehen wollen. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video schauen wir uns mal die News an, die momentan den Markt meiner Meinung nach massiv beeinflussen. Es gibt natürlich Fundamentaldaten, genauso wie es auf der anderen Seite News gibt. News haben oftmals einen sehr, sehr großen Impact am Kryptomarkt. Warum ist das Ganze so? Der Kryptomarkt ist allgemein sehr, sehr manipulationsanfällig, da der gesamte Kryptomarkt relativ klein ist, wenn man ihn vergleicht mit anderen Finanzmärkten oder anderen Finanzsektoren. Trotzdem bietet der Markt durch seine massive Volatilität natürlich die Möglichkeit, dort sehr, sehr viele Profite und Gewinne zu schlagen. Der Markt schwankt super schnell und super stark, viel, viel schneller und viel, viel stärker als andere Bereiche. Das Ganze wird natürlich ausgenutzt von den Menschen und den Institutionen, die wirklich Geld haben. Auch dazu muss man sagen, dass diese institutionellen und sehr, sehr einflussreichen Personen oftmals auch einen direkten Bezug zu diversen News Pages haben, die natürlich einen direkten Impact am Markt haben. Aufgrund dessen schauen wir uns heute mal die größten Investmentunternehmen an, die hier Bezug zu Bitcoin nehmen, der ziemlich stark widersprüchlich ist. Das Ganze projiziert sich natürlich auf den gesamten Kryptomarkt. Natürlich ist der Bitcoin immer noch das stärkste Pferd im Rennen mit der größten Marktkapitalisierung im gesamten Kryptomarkt und mit über 50% der Gesamtmarketcap. Ich bin zwar der Meinung, dass diese Korrelation zwischen Bitcoin und anderen Altcoins immer weniger wird, allerdings werden wir die nächsten Jahre immer noch eine sehr, sehr starke Korrelation zwischen dem Bitcoin und anderen Kryptowährungen haben. Reden wir nicht länger um den heißen Breit. Noch dazu sei gesagt, ich habe diese News hier von einer Newspage selber beziehungsweise hat diese Bezug genommen auf einen YouTuber namens Lang Davies. Dieser ist ein amerikanischer YouTuber, publiziert daher Videos auf Englisch und ich möchte das Ganze hier im deutschsprachigen Raum trotzdem nochmal ansprechen. Beginnen werden wir mit dem Unternehmen BlackRock. Ich denke, das ist vielen von euch ein Begriff, was die genau machen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Schlagzeilen haben sie dadurch gemacht, dass der CEO Larry Fink ein nachlassendes Interesse bei Kryptowährungen sieht. Larry Fink ist der CEO der Investment Management Firma BlackRock und er sagt, dass er eine geringe Nachfrage nach Bitcoin und anderen Kryptowährungen sieht. Fink ordnet den Bitcoin in eine ähnliche Klasse wie für den Einzelhandel getriebene Meme-Aktien ein und sagt dir gegenüber CNBC, dass es bei langfristigen Anlegern wie Pensionsfonds und IRAs ein niedriges Interesse an Krypto gibt. Zu BlackRock selber, es ist eine international tätige US-amerikanische Investmentgesellschaft mit Sitz in New York. Mit über 9 Billionen US-Dollar an vermögendem Verwalten ist BlackRock der weltweit größte Vermögensverwalter. 9 Billionen und das hier ist nicht irgendwas falsch übersetztes, das sind 9.000 Milliarden. Das verwaltete Vermögen sowie der Gesamtumsatz ist in den letzten Jahren natürlich immer weiter stetig gestiegen. Schauen wir uns einfach mal einen Newsartikel an vom 22. November 2020. Was ist hier die Überschrift? Bitcoin will replace gold, sales world largest asset firm BlackRock. Hm, ganz komisch. Letztes Jahr hatte der CIO von BlackRock gesagt, dass der Bitcoin als Konkurrenzprodukt zu Gold gilt. Ich zitiere, ich glaube, dass er ein langlebiger Mechanismus ist, der Gold weitestgehend ersetzen wird. Ja, das tue ich, weil es so viel funktionaler ist, als einen Goldbarren herumzureichen. Okay, das ist ja komisch. Ende letzten Jahres, wo der Bitcoin langsam Fahrt aufgenommen hat und absehbar war, dass wir uns bald in einem neuen Bullrun befinden, hat BlackRock eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie gesagt haben, dass der Bitcoin ein starkes Konkurrenzprodukt zu Gold sei. Und ja, wir sprechen hier von Gold, einem Markt, der über 10 Billionen US-Dollar abdeckt. Er fügte ebenfalls hinzu, dass die Empfänglichkeit für digitale Assets und Technologien bei Millennials hoch sei. Darüber hinaus tragen die Zentralbanken, die über CBDCs nachdenken, zur Ergänzung bei. Abschließend sagte er noch, ich denke, Kryptowährungen sind hier, um zu bleiben. Ja, ich denke, da braucht man nicht mehr viel zu sagen, was die Information bzw. was die News hier gegeneinander aufsetzt. Es ist einfach offensichtlich, dass diese Investmentfirma keinen festen Standpunkt zu diesem Thema hat. Dazu muss man noch sagen, ganz, ganz komisch, Capital Group Division kauft 12% der Anleihen am Bitcoin-heavy MicroStrategy. MicroStrategy, ein Unternehmen, das in den letzten Monaten extrem stark in den Bitcoin sich eingekauft hat. MicroStrategy ist momentan mit über 100.000 Bitcoins, ich glaube, das größte Unternehmen, was überhaupt Bitcoin hält. Daher kann man sagen, dass wenn Unternehmen in MicroStrategy investieren, auch gleichzeitig in den Bitcoin investieren. Denn MicroStrategy besteht momentan nun mal eben zu einem riesigen Bestandteil aus Bitcoins. Zum Thema Capital Investment, sie sind ebenfalls einer der größten Investmentunternehmen mit einem vermögenden Verwalten von 2,2 Billionen US-Dollar. Ihr Anteil von ca. 12,2% in MicroStrategy Aktien spiegelt etwa 953.000 Aktien wieder. Der Kurs schwankt natürlich stark, die Aktie ist auch sehr stark volatil, da sie natürlich auch sehr, sehr stark bzw. immer stärker mit dem Bitcoin koloriert. Wir überlegen doch mal, MicroStrategy besitzt über 105.000 Bitcoins. Eine Beteiligung von diesem Unternehmen an MicroStrategy von über 12% spiegelt daher eine Investition gleich von ca. 13.000, 14.000 Bitcoins. Warum finde ich das Ganze jetzt so interessant und vergleiche das hier bzw. nehmen das in die Sparte von BlackRock rein? BlackRock, der größte Vermögensverwalter, wie ich eben schon gesagt hatte, ist nämlich auch im Game. Denn BlackRock ist sogar ein größerer Investor an MicroStrategy Aktien. Sie besitzen über 14,56% der MicroStrategy Aktien und somit sogar noch mal deutlich mehr als das Investmentunternehmen Capital. Schauen wir uns noch andere Institutionen an, die sich auf den institutionellen Kauf bzw. Handel von Bitcoin spezialisieren. Fidelity Digital Asset, und den spreche ich hier wahrscheinlich falsch aus, startet Einstellungskurs angesichts der starken Interesse institutioneller Investoren. Das ist ja komisch. Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, ihr Kryptowährungsteam zu erweitern, da die institutionelle Nachfrage extrem steigt. Laut Tom Jessop, Präsident des Unternehmens, plant die Kryptowährungseinheit, das Unternehmen ihre Belegschaft um über 70% zu erhöhen. Ja, ich denke mal, das zeigt, dass ganz gutes institutionelles Interesse hinter dem Bitcoin bzw. dem gesamten Kryptowährungsmarkt steht. Kommen wir zum zweiten Unternehmen auf dieser Liste, und zwar gehe ich hier auf Guggenheim ein. Er behauptet nämlich, dass der Bitcoin auf 10.300 Dollar fallen würde. Guggenheim ist immer wieder in den Schlagzeilen aufgetaucht, schon seit letzten Jahres macht er sehr, sehr starke Prognosen. Scott Meinert, der Chief Investment Officer von Guggenheim, sagte gegenüber CNBC am Freitag, Er glaube, Bitcoin befindet sich in einem mittel- bis schweren Absturz, der ihn auf 10.000 bis 15.000 US-Dollar senken könnte. Guggenheim Partners ist übrigens auch ein Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 275 Milliarden US-Dollar. Am 19. Mai, also noch gar nicht so lange her, verglich er die Kryptowährungen mit dem niederländischen Tulpen-Zwiebelmarkt des 17. Jahrhunderts. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter rein. Das war wohl die größte Blasenbildung der Geschichte, die am Ende dann geplatzt ist. Ich werde, wie gesagt, jetzt nicht weiter darauf eingehen. Google das gerne mal, es ist wirklich super interessant. Okay, halten wir fest. Guggenheim ist also der Meinung, dass der Bitcoin eine riesige Blase ist und dass die Investments auf 10.000 bis 15.000 US-Dollar pro Bitcoin fallen könnten. Werfen wir mal einen Blick auf Anfang des Jahres, wo der Bitcoin ein sehr, sehr starkes Wachstum verzeichnet hat. Schauen wir uns mal diese News an. Guggenheim CIO sagt, Bitcoin könnte 600.000 US-Dollar erreichen. Das ist ja komisch. In Zeiten, wo der Bitcoin extrem angestiegen ist, hatte Guggenheim bereits im November bei der Securities and Exchange Commission, also der SEC, beantragt, über den Krypto-Asset-Manager Grayscale in Bitcoin zu investieren. Auf Grayscale werde ich jetzt nicht weiter eingehen, habe ich in meinen letzten Bitcoin-Videos schon gemacht. Schaut sie euch gerne an, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Die Einreichung trat dann auch am 31. Januar in Kraft, was bedeutet, dass die Firma endlich seit diesem Zeitpunkt ein Arrangement mit dem neuartigen Vermögenswerk eingehen kann. Darauf folgten dann solche News, dass Guggenheim sagte, dass sie bis zu 530 Millionen US-Dollar in den Bitcoin-Trust investieren könnten. Wir halten fest, sie durften ab dem 31. Januar in den Bitcoin über den Trust investieren. Am Februar gaben sie bekannt, dass sie der Meinung sind, dass der Bitcoin über 600.000 US-Dollar wert sein könnte. Mit den 600.000 US-Dollar verdoppelte der Guggenheim-CIO sogar noch seine bullische BTC-Prognose. Ich zitiere und jetzt pass auf, wir haben eine Menge fundamentaler Forschung betrieben und wenn man das Angebot von Bitcoin relativ, sagen wir zum Angebot von Gold, in der Welt betrachtet und was der Gesamtwert ist, wenn Bitcoin auf diese Zahlen gehen würde, würde man über 400.000 bis 600.000 US-Dollar pro Bitcoin sprechen. Auch sie sind also darauf eingegangen, dass der Bitcoin es definitiv mit Gold aufnehmen kann, was ihn zu einem Preiswert pro Bitcoin von 400.000 bis 600.000 US-Dollar katapultieren könnte. Scott Meiner ist übrigens dafür bekannt, Prognosen abzugeben, die dann in die andere Richtung laufen. Aber natürlich haben wir nicht nur Guggenheim und BlackRock, die gegen den Bitcoin schießen, jetzt wo der Bitcoin etwas am Boden ist. Nein, natürlich springt auch Goldman Sachs mit auf den Zug. Bitcoin als Währung sei nicht lebensfähig. Die Investmentbank Goldman Sachs hat nämlich einen Beitrag veröffentlicht, in der sie den Bitcoin als nicht rentable Investition bezeichnen. Die Bank sagt in ihrem Bericht Digital Assets, Schönheit liegt nicht im Auge des Betrachters, dass während einige Marktanalysen und Investoren Bitcoins als digitales Gold betrachten, dies selbst für Goldman so gut wie nichts bedeutet. Goldman Sachs ist auch eine weltweit tätige Investmentbank und Wertpapierhandelsunternehmen mit Sitz in New York. Die Firma belegt Platz 60 auf der Fortune-Five-Funded-Liste mit einem Gesamtumsatz von 44,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Okay, halten wir fest. Goldman Sachs sagt, dass Bitcoin keine rentable Investition ist, das heißt, dass es sich nicht lohnt, in den Bitcoin zu investieren. Obwohl, schauen wir uns mal die Entwicklung der letzten 10, 11 Jahre an. Ja, ich denke mal, dann wissen wir ganz genau, in welche Richtung sich der Bitcoin verläuft. Noch dazu spricht ziemlich stark dagegen, dass sie der Meinung sind, dass der Bitcoin sich als langfristige Investition überhaupt nicht eignet, dass Goldman Sachs ihr Team im Bereich Kryptowährungen auffrischt. Vor ein paar Tagen erst kam nämlich diese News zum Vorschein, dass die Bank ihr Mitarbeiter darüber informiert hatte, dass ein neu geschaffener Kryptowährungsschalter erfolgreich zwei Ahnen von Bitcoin-gebundenen Derivaten gehandelt hatte, wie aus einem internen Memo hervorgeht, das exklusiv von CNBC erhalten wurde. Goldman sagt, es versuche auch, seine Marktpräsenz zu erweitern, indem es Kryptohandelsinstitute selektiv einbindet, um das Angebot zu erweitern. Ein Unternehmen, das davon abrät, den Bitcoin zu kaufen, weil er ja keine langfristige rentable Investition sei, die Milliarden von US-Dollern ihrer Investoren verwalten, sagt also, die Investitionen in den Bitcoin sind nicht rentabel. Auf der anderen Seite erweitern sie aber ihr Team, was genau diese Investition in den Markt unterstützt. Des Weiteren gaben sie erst vor einigen Tagen die Partnerschaft mit Galaxy Digital bekannt. Dieser Schritt mit Galaxy Digital ermöglicht Goldman Sachs die Möglichkeit, in den Handel mit Bitcoin Futures einzutreten. Die Partnerschaft entstand aus der Not heraus, da Banken Bitcoin nicht direkt verarbeiten dürfen. Galaxy hilft, diese Lücke zu schließen, indem es Goldman Sachs den Zugang zum Handel mit Bitcoin Futures ermöglicht, ohne mit Münzen umzugehen. Ich finde es gut, dass Unternehmen, die Millionen und Milliarden, sogar teilweise Billiarden von US-Dollar verwalten, Bitcoin schlecht reden, auf der anderen Seite aber immer mehr mit Bitcoin verbundene Assets und Möglichkeiten in diesen zu investieren, anbieten. So kommen wir auch nochmal auf JP Morgan zu sprechen, die Mitte April bekannt gaben, dass sie einen Bitcoin-Preis von 130.000 bis 146.000 US-Dollar erwarten und prognostizieren. Und das war offensichtlich zu einer Zeit, wo der Bitcoin schon gut im Aufschwung war. Das ist natürlich jetzt keine Prognose von 400.000 bis 600.000 US-Dollar, es ist trotzdem eine Prognose, die wir lange nicht erreicht haben. Und jetzt kommt noch das Beste, vor ein paar Tagen gab JP Morgan dann bekannt, dass sie vermuten, dass der Bitcoin auf 25.000 US-Dollar fallen könnte. Dabei gab JP Morgan am 26. Februar 2021 ganz andere Voraussagen, denn hier sagten sie, in einem Multi-Asset-Portfolio können Anleger wahrscheinlich bis zu 1% ihrer Asset-Allocation auf Kryptowährungen addieren, um einen, und das hier ist ein Zitat, Effizienzgewinn bei den risikojustierten Gesamtrenditen des Portfolios zu erzielen. Das mag jetzt im ersten Blick nicht viel klingen, dazu muss man aber ganz klar sagen, dass JP Morgan natürlich zu Milliardären spricht und nicht zu irgendwelchen Kleinanlegern. Sie empfehlen hier Milliardären, Leute, die mehrere Milliarden verwalten und mehrere Milliarden besitzen, ihr Portfolio im Bereich von 1% im Bereich von Kryptowährungen anzusiedeln. Diese ganzen Informationen und News zeigen meiner Meinung nach, dass der gesamte Kryptomarkt momentan extrem manipulativ ist. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen und darauf hinweisen, dass diese Investmentunternehmen die größten der Welt sind. Es geht hierbei um Milliarden und Billionen, die diese verwalten und natürlich auch einen riesigen Impact, den sie am Markt haben. Nicht nur aufgrund ihrer eigenen Investition, sondern natürlich auch aufgrund ihrer Aussagen, die sie tätigen. Denn viele Investoren hören natürlich auch auf die Meinungen und Aussagen von Unternehmen, die Millionen, Milliarden und Billionen verwalten. An dieser Stelle habe ich auch noch mal einen anderen Newsartikel rausgesucht bzw. gefunden, der wurde mir sogar vorgeschlagen, den ich ebenfalls sehr, sehr interessant fand. Kaum noch Interesse. Immer weniger User suchen auf Google nach DeFi und Bitcoin. Hier haben wir eine News, die im Oktober 2020 veröffentlicht wurde, die im Endeffekt darauf abzielt, dass das Interesse am Bitcoin und am DeFi-Markt scheinbar ziemlich stark nachlässt. Da es immer weniger Suchen auf Google danach gibt. Werfen wir einfach mal einen Blick auf den Graphen. Am 12. Oktober kamen diese News raus. Das war ungefähr hier, wo ich den Pfeil eingezeichnet habe. Ich habe hier mal etwas aus dem Chart rausgesucht und hier noch etwas mehr aus dem Chart rausgesucht. Und hier sehen wir, dass der Bitcoin nach Veröffentlichung dieser News erst so richtig den Bullrun gestartet hat. Daher möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz klar hinweisen, lasst euch nicht zu stark von irgendwelchen Prognosen beeinflussen. Der Markt und seine Entwicklung kann nicht zuverlässig prognostiziert werden. Natürlich gibt es Richtungen, die im Markt verlaufen können. Ihr seht aber, dass die größten institutionellen Investoren und Unternehmen nach der Pfeife des aktuellen Marktkurses tanzen. Ist der Markt gerade bullish, sagen sie, jo, der Markt ist bullish, geht rein. Die Prognosen sind super. Und wenn der Markt mal eine Kehrtwende macht, dann reden sie den Markt schlecht. Auf der anderen Seite sehen wir, dass momentan immer mehr Institutionelle, nicht nur in den Bitcoin, sondern auch in Ethereum investieren, und dass das institutionelle Interesse immer mehr steigt. Auf der anderen Seite sehen wir trotzdem solche News, die einen fallenden Kurs prognostizieren. Meiner Meinung nach sind das hier ganz klare Anzeichen dafür, dass sie den Markt relativ günstig halten wollen. Sie wollen die jungen, unerfahrenen und neuen Anlegern und Investoren wie uns aus dem Markt haben, denn wir sollen dann denken, jetzt haben die auch schon gesagt, der ist nichts wert. Und die sagen auch, der ist nichts wert. Und wenn der Markt dann wieder steigt, dann kommen sie wieder mit ihren positiven Preisprognosen und sagen, ja, kommt zu uns, bei uns könnt ihr investieren. So machen sie natürlich Profite, beziehungsweise holen sie das Interesse von Institutionellen, die in beide Richtungen des Marktes agieren. Meiner Meinung nach der größte Beweis, dass wir uns in einem hoch manipulierten Markt befinden. Daher denkt auch daran, wenn ihr in den Markt investiert, macht euch selber vorher im Klaren, was seid ihr? Seid ihr ein Trader oder ein Investor? Wenn ihr ein Trader seid und die Marktsituation immer wieder neu abschätzt und für kurzfristige Trades in den Markt reinkommt, die vielleicht nur ein paar Tage oder ein paar Wochen lang gehen, dann müsst ihr den Markt ganz anders bewerten wie Investoren, wie ich beispielsweise. Ich sehe den Bitcoin auf einen langen Time Horizon locker bei mehreren 100.000 US-Dollar und das kann auch noch Jahre dauern, natürlich. Und die Ansage von JP Morgan mit den 25.000 US-Dollar ist meiner Meinung nach realistisch. Das kann durchaus passieren. Wir können auch noch leichter drunter fallen. Es geht mir nur hier dabei darum, dass die institutionellen Investoren beziehungsweise die institutionellen Anbieter für die Investoren einfach den Markt hier durch ihre News und durch ihre Bekanntgabung massiv beeinflussen und natürlich dadurch die Möglichkeit ausnutzen, günstig in den Markt zu kommen. Sie reden hier davon, dass Bitcoin schlecht ist, kaufen auf der anderen Seite Aktien von Unternehmen, die großteils den Bitcoin halten. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Das ist ja wohl eine logische Schlussfolgerung. Und dass einige Investmentunternehmen den Bitcoin nicht selber kaufen können und daher auf entweder beispielsweise einen Bitcoin-Trust oder auf MicroStrategy-Aktien zurückgreifen müssen, ist eigentlich auch ganz logisch. Ist nur der Punkt, den viele Knallanleger an dieser Stelle nicht wissen, nicht mitbekommen und daher kriegt ihr natürlich auf meinem Kanal auch immer die aktuellen News, die auch dann wirklich der Wahrheit entsprechen, objektiv mit euch geteilt. Und das ist auch genau der Grund, warum ich immer auf die fundamentalen Informationen im Kryptomarkt eingehe und mir diese raussuche. Ich schaue, wie der Markt funktioniert, was der Markt macht, in welche Richtung sich der Markt verläuft, aber auch welche Hintergründe wir haben, was dort im Markt im Hintergrund wirklich passiert, wie das Interesse wirklich steigt. Und dabei gehe ich nicht auf irgendwelche Aussagen von JP Morgan, Goldman Sachs oder BlackRock ein. Nein, da schaut man wirklich auf die Fundamentals, was sagen die Zahlen, denn Zahlen lügen nicht und Zahlen lassen uns den Markt deutlich besser prognostizieren als irgendwelche Aussagen, selbst von Unternehmen, die mehrere Billionen verweilen. Daher schreibt mir ganz gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Sagt ihr, ja jetzt übertreibst du mal ein bisschen oder seid ihr meiner Meinung, dass der Markt momentan einfach viel zu manipuliert ist. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich der Markt verläuft. Ganz klar, er kann in beide Richtungen verlaufen. Das ist natürlich keine Anlagenberatung. Es kann sein, dass der Bitcoin nochmal weiter crasht und tatsächlich auch die 20.000 US-Dollar irgendwo antestet. Langzeit bin ich aber eher bei den positiven Prognosen. Das heißt, dass der Bitcoin früher oder später mehrere hunderttausend US-Dollars erreichen wird. Ich bin gespannt. Ich investiere Stück für Stück, profitiere vom Cost-Average-Effekt, profitiere auch von solchen Marktsituationen wie jetzt, sogar noch mehr als von positiven Marktstimmung. Und daher schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao Freunde.